Joooo Yo hier ist wieder euer Haftbefehl Nachdem mein nächstes Video Haftbefehl beim Kacken durch die vielen negativen Bewertungen sowie vielen Meldungen von YouTube gesperrt wurde aufgrund von pornografischem Inhalt, was ich irgendwie völlig einen Schwachsinn finde. Ich glaube eher, es wurde gesperrt, da ich den Namen des muslimischen Gottes auf dem Kaku's verhindert habe. Aber naja, ist ja auch egal. Schnee von gestern, vielleicht werde ich das irgendwann wieder hochladen, wenn die Gelegenheit sich anbietet. Auf jeden Fall wollte ich euch noch sagen, dass in nächster Zeit wieder viele neue Videos von mir hochgeladen werden. Unter anderem Tutorials... Hm, what the fuck? Tutorials, Unboxing, was weiß ich. Grüße an Farid Bang and etc. Rappers. Euer Hafti. Uuuh! Uuuh! Aaaaaaah!